Hey, mein Großer. Hör mir genau zu und merk dir, was ich sage, denn dir werden dein ganzes Leben Lektionen erteilt. Wieder und wieder. Und du musst daraus lernen. Alles klar? Nicht, was du tust, ist wichtig, sondern wann und wo du's tust. Und wem du was tust und wer dabei ist. Wenn niemand es sieht, ist es nie passiert. Jimmy, er ist sechs. Denkst du wirklich, dass du sowas deinem Kind erzählen solltest? Ja. Jimmy, seit wann bist du raus aus Alcatraz? Oh, äh, das ist fast zehn Jahre her. Ach, es ist wunderbar, dass du jetzt wieder hier bist, mein Junge. Ich bin eine moderne Frau, die weiß, was sie will. Und Männer kommen und gehen. Sag versagte Sachen. Ich kam aus dem Fitnessstudio. Ich war noch verschwitzt vom Squat-Workout. Okay. Ich hatte die kurze Hose an. In meinen Schenkeln hat's gepaucht. Du beschreibst dich gerade selbst. Oh! Oh, David! Ich glaub, die Kugel ist einfach zwischen deinen Backen durch. Ja, es fühlt sich so an, als wär das Ding genau in der Kiebe vorbeigeschraubt.